Jeder kann davon profitieren, aber was ist das eigentlich ganz genau? Übersetzt man Psychologie aus dem Griechischen, bedeutet das so viel wie die Lehre von der Seele. In der Psychologie beschäftigt man sich mit dem Erleben und Verhalten von Menschen. Der größte Teil der Psychologen arbeitet in Nervenkliniken oder als niedergelassene Psychotherapeuten und behandelt Depressionen, Angstzustände, Drogenabhängigkeit oder auch andere Erkrankungen. Aber auch gesunde Menschen können von Psychologie profitieren. Wenn du ein weit entferntes Ziel hast, dann helfen sie dir, motiviert zu bleiben. Und wenn du unter Stress leidest, dann wissen sie, wie du entspannen kannst. Psychologen begleiten zum Beispiel auch Sportler, die die allerbesten in ihrer Disziplin werden wollen. Neben körperlichen Übungen haben Sportler auch ein Mentaltraining. Und sie helfen in großen Unternehmen bei der Personalauswahl und schätzen ein, wer heute und in Zukunft am besten für einen Job geeignet ist. Jetzt kannst du anderen erklären, wenn wieder jemand fragt,